Ja und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Call of Duty, Black Ops 4, den Multiplayer. Wir gehen sofort weiter. Und äh, ja was nehmen wir denn heute mal? Nehmen wir mal den Profit, weil keine Ahnung, ich benutze die Waffen da irgendwie eh nicht. Ja die Profit Waffe, die ist irgendwie nicht mehr, ich weiß nicht, die haben irgendwie geändert. Die schießt jetzt schneller. So jetzt hab ich die falsche Klasse, das ist aber nicht die Klasse, die ich haben. Wir hätten die Klasse mal einstellen sollen, machen wir den müssen, kann ich das mal machen. Ja, achso, ja, ja. Es war schön, dass wir jetzt neue Klassen haben. Oh, ich lauf jetzt schnell. Aber. Ja wir müssen uns halt erstmal in Ruhe mit dem Ding auseinandersetzen, was gibt's für Perks und so weiter. Ich denke mal nach der Folge. Gucken wir uns mal an. Nach der Runde oder nach der Runde? Oder nach der Runde können wir auch machen. Ich mein, heil dich mal Marcel. Stimmt. Warum mach ich das? Ja gut. Jetzt leveln wir auch die Waffen. Yay. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich, ob das hier gibt, diese, wenn man sich zurücksetzt, nach dem Prestige. Dass man eine Visitenkarte bekommt. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das mache, ganz im Ehrlich. Ganz im Ehrlich. Ich hab' überlebt. Was da los? Als ob du da überlebt hast, leiste. Rudron 6. Level 6. Und Drohne. Aha. Und die Drohne. Und was ist das hier? Ein Munitionspaket ist da. Munitionskiste hab' ich. Die hinter mir. Was ist hinter mir? Wo kam der her? Hab ich den noch gekillt? Noch ernsthaft? Immer so sinnvoll. Hab den noch gekillt, irgendwie. Also wir haben uns gegenseitig gekillt. Hab' ich da noch einen gesehen, nein. Einbilder? Nein, die sind nicht tot. Die sind alle nicht tot. Ich hab' einen Doppelabschluss gemacht. Ich hab' mir gedacht, okay, Marcel, gib mir Feuerschutz. Ich pushe den jetzt. Auf einmal sind da fünf Leute. Oder drei. Oh, einer ist hinter mir. Das hätte ich nicht machen sollen. Nein, egal. Wir lernen ja noch. Du bist ja hier im Zweck zusammen. Marcel ist vielleicht down. Ja, ich hätte so oder so verloren. Ich hatte keine Munition mehr im Magazin. Und wenn ich keinen Munition mehr nachlade und... Hätte ich jetzt voll Leben gehabt, hätte ich vielleicht so oder so geschwommen. Denk ich. Hoffe ich. Ich weg. Ja, bleib da. Geht down. Nomad erledigt. Wie überlebe ich das? Wie überlebe ich das? Na? Was ist denn hier los, Alter? Ich glaub, ich kann wieder... Nee, was ist das? Ah. Die Klasse, die ich hab', die tut ein Leben geben. Also Schutzschild. Okay. Als Ding, als ultimativen Angriff, oder? Jetzt werd ich angerufen. Da ist einer. Warum? Ich will jetzt da nicht drangehen. Sowieso nur, dass ich irgendwas machen soll, was ich später auch machen will. Der Supermarkt hat geöffnet. Nee, nee. Hast du Plünderer, oder so? Ich brauch Munition, ich hab grad nix mehr. Aber warte, ich hab Munition. Wo bist du? Hier, da ist Munition. Hast du mir ernsthaft jetzt Munition geben können? Ich glaube schon. Wieso kann ich mich nicht hinsetzen? Ich bin... Nee, ich hab' keine Muni. Da liegt auf dem Boden. Hier unten auf dem Boden. Da muss er Fähig drücken. Ach da. Sturmpaket. Ja, das ist für Storch. Wo sind wir hin? Da ist er. Der läuft da. Ich verfolge ihn. Gut. Mir kommt einer entgegen. Drohne sei Dank. Ja, Drohne. Ja, hä? What the fuck? Das ist unser Hedi, ja, ne? Autorisiere Drohnen-Einsatz. Ich hab noch keine Drohne. Boah, hat der mich grad erschreckt. Yo. Der macht hier eine Flammenwerfer-Typen. Hm, das ist auch ein extra Waffe. Yay, wir haben gewonnen. Ja, Messern. L4. Nicht schlecht. 17,7. Und ich bin der Beste. Ja. Da war den da. Dann den da. Dann lade ich nach. Und dann kommt da noch. Heilung. Und dann kommt noch einer. Der war auch schon sehr gehittet. War gut. War gut. Der war ein guter Lauf da drin. Ja. Der war ein guter Spiel. Die Waffe war auch gut. Und Level 6. Also Doppel-DP. Ah, die ICR hab ich gespielt aus Black Ops 3. MX9 hab ich gespielt. Die ist eigentlich gut. Tisch gedreht 1. Wollen wir rausgehen und uns Klassen einstellen? Verlassen. Party mitnehmen. So, Klassen-Editor. Was gibt's denn da so? Es gibt 6, aber wir können nur... Ja. Was haben wir denn da? Die MX9. Kann ich da? Wie kann ich denn da? Wie kann ich... Nee, warte. Nee. Nee. Anpassen. Da wollte ich hin. Gut, das ist nur... Nee, das ist nur die Tarnung. Achso, dann macht man hier unten beim Visier drauf. Aufsätze macht man Schalldämpfer. Ich weiß nicht, soll ich dann Schalldämpfer drauf machen? Ich weiß nicht. Diamant. Verdienen Sie Gold für alle Sturmgewehr? Aha, für alle Sturmgewehr. Ja, wie bei... Wie? Warte. Ernsthaft? Ja. Nee, für alle Doppelpunkt und dann Maschinenpistole. Das ist nicht ein Satz. Das ist getrennt. Da ist ein Doppelpunkt. Verdienen Sie Gold für alle. Doppelpunkt, Maschinenpistole und so weiter. Klant-Tag, da muss man dann... Waffenpistole. Verdienen Sie Gold für alle Waffen. Verdienen Sie Gold für alle Waffen. Ja, das würde ich auf jeden Fall haben. Markierung brauchen wir nicht. Ja gut. Volltreffer. Das muss man da machen. Volltreffer wie immer. Ja, 100 Volltreffer und dann kommen halt diese Technik-Dinger und dann... Ne, wie immer, ist es immer gleich. Ich bin ruhig mal was Neues machen können. Okay, also das ist ein bisschen schneller. Also so... Ja, ein Visier wäre nicht schlecht. Ein Reflex, nice. Ein Griff. Ich weiß nicht, ob der Griff was bringt. Könnte sein, dass der so useless ist wie ein Black Ops 2. Das lassen wir mal so... Basisausrüstung kostenlos. Extra 1 Techniker, was gibt's denn da alles? Plünderer. Warum steht der Basisausrüstung kostenlos? Also hat man Plünderer schon von Anfang an frei. Wie krass ist denn das? Weiß ich nicht, Plünderer. Erkennt feindliche Ausrüstung und Punkteserien durch Wende. Vorräte können erneut gewürfelt. Oder mit Sprengladungen versehen werden. Leichtgewicht, schnell, leicht. Schneller Bewegung geduckt und entliegend. Na, das kann man Leichtgewicht erst mal lassen. Und Geist und Teamlink. Sehen Sie verbündete Themenkameraden durch Wende hindurch und decken sie einen Kriegsnebelkreis um ihre Teamkameraden auf? Ah. Teamlink. Sehen Sie verbündete Teamkameraden durch Wende hindurch? Ja. Aber Geist ist irgendwie... Bei Bewegen, Bomben legen oder Entschärfen? Bist du unsichtbar? Selbst beim Bewegen. Also wenn du stehen bleibst, bist du unsichtbar. Und wenn du dich bewegst, nicht. Okay, das mache ich. Lass dich dicken. Ja, das ist der Geist von allem halt, von Black Ops 2. Ja. Wo steht hier eigentlich... Waffen... Wo steht hier Waffen? Ah, da oben. Waffen Level 12. Der Black ist online. Ist halt online. Der wird jetzt gleich kommen und... Hey, ich will mitspielen. Nein, nein, nein. Hey, ich will mitspielen. So. Ja, dann muss ich mich die Wahrheit. Du hast mit Wester mit der ICRN 7 hast du gespielt, oder was? Ja. Ja, ich habe ja mit dem P mit der ersten Klasse. Nämlich Geist, weil Team Link bringt irgendwie nichts. Ich weiß eh, wo meine Teammates sind. Ja. Also ich bin fertig. Ich bewege sie sich beim Sprinten schneller und erledigen. Ich bin fertig. Wollen wir erst mal mit dem Deadmanch bleiben, oder wollen wir mit was wechseln? Ich weiß nicht, in der Herrschaft und so sind bestimmen die ganzen Trayharder drin. Oder wollen wir mal Abschluss bestätigen? Können wir mal ausprobieren. Wenn wir Fett auf den Sack kriegen, weil da die ganzen Trayharder drin sind, dann wissen wir mal bestätigen. Dann starten wir mal, ne? Ja. Punkte sehr gehen. Ausrüstungsladung. Ja, die Punkte sehr entlassen wir so. Stim-Injektion. Heilen sie schneller und häufiger. Level 18 kriegt man die Kontra-Zone. Dann können sie weiter ihre Waffe verwenden. Ja gut, ne, das Heilen funktioniert eh gut. Ich habe immer noch zwei Klassenplätze frei. Also ich kann immer noch zwei Aufsätze benutzen. Abschluss bestätigt. Ich werde nicht scheitern. Quacki, 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 quacki. Ne Stunde drei nehmen wir schon auf. Das stimmt. Krass. Ne, der W6. Fick, ne, die. Weiter mit der Mission. Ich habe jetzt noch Raketenwerfer dabei. Geil. Also ich werde sofort sterben. Hinter uns? Was? Wo kommt der denn jetzt her? Hä, da schau, hinter uns einer. Ja, was? Wie bin ich denn jetzt weggeflogen? Hä, da war doch hinter uns einer. Schade, man sieht es nicht noch mal. Ernsthaft nicht? Ich habe doch von hinten Schaden bekommen und dann bin ich von vorne gestorben. Ja, hinter dir war einer. Ja, aber warum? Das weiß ich nicht. Nimm das. Marcel, hilf mir, ich bin down. Das kann ich. Ich bin selber gleich tot. Schön. So werde ich hier getrappt, ey. Ist ja unfällig. Wo kommen die jetzt hinter mir? Wo war der? Wie war der? Vergeltung. Pusht er mich doch nicht. Jetzt pusht er mich. Weil sein Teammate hinter ihm ist. Ja, schön. Ey, wie unfair. Ey, das Auto sieht aus wie das von Franklin in GTA. Ne, doch nicht. Ich hätte vielleicht mich heilen sollen. Das sah nur von vorne aus. Da muss man erst mal umdenken, dass man sich heilen muss, ne? Ne, das war keiner. Leg dich doch hin! Ne, will heilen, heilen, heilen. Ja, der ist nicht tot. Weil ein zweiter gekommen ist. Weil ein zweiter gekommen ist, hat mich gefehlt. Okay, ich gehe da nicht mehr hin. Die campen da hinten. Der eine Typ steht da hinten hinter der Kiste und schießt die ganze Zeit. Hat ihn doch gar nicht getroffen. Ich gehe mal hinten rum, ne? Das mache ich jetzt auch. Boah. Heilen, bitte. Wo ist der? Wo ist denn die denn jetzt? Er ist schon da. Wo ist sie hin? Boah, boah, boah. Nimm nur die Marke. Nein, nimmst du nicht die Marke. Ja, ich klau dir doch nicht deine Marke. Nimm einfach die Marke. Sensor-Pfeil geht online. Hinter uns. Sie ist erledigt. Hinter uns, wir sind, wir sind. Dass er mich nicht, jetzt hat er, der hat die ganze Zeit geschossen, hat nicht auf mich geschossen. Er ist erledigt. Der hat mich gar nicht gesehen. Ich war so dunkel, der hat mich gar nicht gesehen. Und jetzt kommt er seitlich. Okay, der ist ein anderes Exklusives reingerannt. Das war ein Headshot? Okay. Na sicher. Ich denke mir so, ich geh zurück, lade dabei nach. Alles klar, easy. Oh, das ist ein Hund. Jo. Noch sind wir in Führung. Ja, ich hab die Marke bekommen. Taktik-Einstiegsmarker platziert. Bruder, muss groß. Okay. Sie sind erledigt. Der Feind hat ihren Taktik-Einstieg... Three Points. Schwere Geschosse im Einsatz. Hier ist was... Aha. Ah, das war der, das war der Revolver. Okay, alles gut. Der ist ja Hammer, oder? Revolver-Heldin verlicht... Du denkst mir gerade, Alter, du hast für ein Revolver, ey. Die habe ich auch gerade, die Klasse. Wo, 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 wo. Ajax ist bestätigt. Willenschaft? Das ist doch so unfair, ey. Der sieht mich nicht mal, ich baller den voll ab und der stift mich. Taktik-Einstiegsmarker online. Das war gerade echt unfair. Drohne, der bitte ist Drohne. Aber ja, wie gesagt, ich will ihn schafft und geht es besser. Ne, man muss halt Waffen leveln. Oh. Was, 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 was? Boah, was hat er, was ist das für eine Waffe? Hackett-Granatenwerfer. Ja. Das ist aber, das ist die Spezialwaffe, ne? Ja, Spezialwaffe. Ich glaube schon, ja. Einen habe ich gekillt. Ich war sofort tot. Ich hatte einen Schuss geschossen, ich war tot. Mit vollem Leben. Hatte ich volles Leben? Ich glaube schon, dass ich volles Leben hatte. Aber das mit Geist? Wir protecten den. Ich habe einen gestunnt und die haben den voll protected. Ich spawne hinter denen jetzt. Sind schon weg. Oh, wie das hier aussieht. Wir haben es fast geschafft. Macht den Deckel drauf und erledigt sie. Wo kommen die? Ah, die springen da hoch. Kein Wunder, dass man die nicht sieht. So sammeln die hier keine Marken ein. Weil das Spiel länger gehen soll. Ja. Ich mache nur Hitmarker, ne? Nein! Marcel beschützt mich, mein Controller ist leer. Fertig. Ich schieße weiter. Gut, also ein Spiel machen wir noch. Das gibt es doch nicht. Ich war der Beste, guck mal. Ne, bin ich nicht. Sieht so anders aus. Das war nicht. Das war nicht, weil ich gerade auf den Score angezogen habe und da wurde mein Name unten angezeigt. Warum kam die Meldung nicht, dass ich, dass der, dass der fast down geht, dass der, der Controller, dass der fast down ist? So kam er mal bei mir. Bei mir, ich habe noch einen Strich. Ich hatte noch einen Strich. Ich habe mir gedacht, okay, gut, falls er die Meldung bringt, ja hier fast leer. Laden auf. Dann letzten halt auf, aber irgendwie kam die Meldung nicht. Level 7. Und Stufe 2. Ja, Schwarzmarkt. Ja, da wir, glaube ich, gleichzeitig spielen, würden wir den Schwarzmarkt immer gleichzeitig aufleveln, glaube ich. Schlechte Medizin, schalten Sie fünf Freunde innerhalb von zwei Sekunden nach Ihrer Heilung aus. Hybrid Magazin, okay. Klassendidor. Hybrid Magazin, danke. Neh mich. Das ist nur ein Hybrid Magazin. Weiß ich nicht. Schnelleres Nachladen und erhöhte Munitionskapazität. Das ist ein Hybrid Magazin. Gibt es keinen Schaft mehr? Nicht. Leiderlauf, Vollmantelgeschoss, Großkaliber, Schnellfeuer, Schaft. Doch, da ist ein Schaft. Bei der ICR ist ein Schaft? Also bei meiner Waffe ist ein Schaft. Hm. Und das ist ein MP, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Durchschnitt 17-0, okay. Ne, 17er KT. Durchschnitt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne, 17 Abschüsse. Durchschnitt. Dann muss ich gleich nochmal genauer schauen. Äh. Ich nehme mal den. Profit rückt aus. Nimmst ja auch Profit, oder? Ja, ja. Auch wenn ich die Waffel da irgendwie nie benutze. Ne, die kriegst du ja auch nicht, wenn du nicht so viel... Punkte mal. Ich habe die letzte Runde auch nicht bekommen. Ja, die letzte Runde sehe ich dir auch nicht. Das ist nochmal dieselbe Map. Das sind immer zweimal. Bestätige Abschuss. Einer ist im Hof. Einer klettert auch hoch. Ja, habe ich. Wir gewinnen hier. Da kriege ich für einen Assist genauso viele Punkte wie für einen Abschuss? Ja, 100 Tonnen. Im Hof war ich bis jetzt noch nie. Ich glaube, die Waffe macht mir Schaden. Oder auch nicht. Auch keine Ahnung. Ne, so wollte ich mal. Toll, die Suchermine tut den... Zu spät. Ja, die Stun... Nein, die hat die nicht gestunnt. Ich bin gestunnt, danach hat er so gestunnt. Mann. Wow. Wieder von hinten. Es ist so zündlos, ey. Du pusht hier nach vorne. Deine Te-Mates kommen von hier und dann ist da einfach ein Gegner. Oh, Doppel-Hardshot. Und schon wieder zauern. Oh, Mist. Das ging nicht mehr. Keine Scheiße. Hatte, hätte ich... Ne, hätte ich nicht. Hatte volles Wunsch. Sollte nicht so reinrennen, oder? Nimm dir. Aber... Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegs-Marker ist aktiv. Feindliche Fernlenk-Ladung im Einsatzgebiet. Okay, da ist niemand. Warum? Ey, das fangt so ab einfach. Was war das jetzt? Weißt du, da kommt einer vor mir. Die Treppe hochgelaufen, ich Messer. Und dann... War das nicht der, den ich gerade gekillt? Ja, okay. Der ist hinter mir gespawnt wieder. Ey, das fangt so richtig ab. Also man läuft irgendwo hin und dann ist immer hinter einem einer. Ja, immer hinter einem, natürlich. Gut, jetzt war keiner hinter mir, aber trotzdem, was soll ich das scheiße? Wieviel Leben hatte der noch? 30 hatte der noch. Hm. Feindliche Drohne kreist. Also anscheinend machen meine Waffen weniger Damage als denen ihre. Ja. Ich schieße voll auf den drauf, er stirbt dann doch nicht. Bin egal, ich bin nicht. Somit kann man gut Headshots machen. Mit dem... Wie heißt das Ding? Was? Mit diesem Design-Stunt da. Bei mir funktioniert das nicht. Die schießen das immer vorher ab einfach. Bei mir jetzt nicht? Wir liegen zurück. Ich kann nichts machen in dem Spiel, es geht nicht. Ich wurde geblendet. Aber war eingekriegt. Drohne, warte, Drohne. Feindliche Drohne aktiv. Feinde haben mehrere Drohnen eingereinander abgeschossen. Jetzt brauchst du sowieso nicht mehr rauspushen. Drohne abgeschossen. Sture Drohnen abschießen. Hä, warum stunntest du den Typen nicht? Wieso treffe ich den nicht? Klar, den mit dem Schild kann man nicht stunnen. Ja, hm. Logisch. Ich habe meine Ulti-Card eingesetzt. Der ist nicht gestorben, weil ich ihn nicht getroffen habe. Wieso mache ich jetzt so viele Volltreffer? Ach, da ist der noch mit dem Schild. Der ist da noch. Der ist da noch in der Ecke. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja, geil. Geil. Richtig geile Abwrackrunde. Du spielst einmal Abschuss bestätigt und spielst gegen die größten Trey Harder hier. Ja. Gefahr durch Helikopter Einsatz gewandt. Feind am Boden. Man muss dreimal auf den Heli schießen, damit der Heli kaputt geht. Ernsthaft? Oh, backt die rum. Ja, komm. Ich laufe nicht mehr aus der Base gleich raus. Bestätige Abschuss. Ich laufe irgendwo hin. Hinter mir sind meine T-Mates auf einmal von der Gegner. Und wir können noch gewinnen. So nicht. Mah. Wieso ist jetzt einer hinter uns gewesen? Ist das so dumm einfach? Kletterhaken verhindert. Ja, ist sicher. Ich will jetzt noch gewinnen. Kommando, ich will eine Drohne über mir. Suche eine Mine raus. Wir haben die Kontrolle übernommen. Nein, ich musste nachladen. Nein. Ich bin an der Wand hängen geblieben. Den habe ich geschont. Voll auf die Füße geschossen. Hinter mir. Oh Gott, guck mal wie knapp das ist. Ich bin geblendet. Nice. Sag mal verloren. Wie knapp das war jetzt. Das war ein Fehlschlag. Zwei Punkte. Neugruppieren. Oh Gott. Das war knapp. Was macht der Typ da eigentlich? Was sitzt da rum? Ja, gut. Ich glaube, die ICR ist keine gute Waffe. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, wenn wir sagen, in der nächsten Folge. Jetzt bin ich immer noch genauso salty, weil wir die gleiche aufnehmen. Genau. Und Level 8. Ne, das hat mich gerade einfach abgefuckt. Ich bin schon Level 8. Wann geht das schnell? Ich bin erstmal Level 7 geworden. Würde ich so sagen. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Tschüss. Jo, ciao. Tschüss.